Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde im neuen Jahr 2016 von TTT mit dem GSILP-Netzwerk plus einem Freund. Wir haben neue Leute dabei, mit denen fangen wir an. Dem Nana. Ja. Dem Panda. Hallo. Dann haben wir die alten Leute. Flori. Hi. Snape. Hi. Hallo. Cyberbot. Hallo, Carl. Wanda. Guten Morgen. Die Navo. Hallöchen. Und der Hexe. Hallo. Und willkommen zu einem Jungs. Das ist gleich gerade zu spanisch. Der Hexe. Kurz die Frage, wo sind jetzt die neuen Waffen spazieren? Überall. Und ich muss leider das Spiel gleich nochmal neu starten. Ich sehe Waffen. Nirgendwo Waffen. Deswegen. Das kommt gleich im Jahr 2016 im Snape. Wir haben 2016 Fluch auf Aufnahme gestartet. Ich muss Spiel neu starten. Scheiße. Du musst bei Johann Sebastian Bach nachgucken. Ne, jetzt ernst. Wo sind da die Waffen vor? Im Schilf sind welche. In den kleinen Häusern sind welche. Oder du musst unter der Erde gucken. Was? Inno-Traitor-Slayer hat sich zum Handeln eingelassen? Ja, vielleicht verkauft er dir ja ein paar Waffen. Äh, what the fuck? Ja, der bietet dir gleich bestimmte Diener Shotgun an. Bestimmte Diener Shotgun oder so. Ich bin zwar trotzdem unfair, dass ihr alle wisst, wo die Waffen vorstehen und ich als Einziger nicht weiß, wo es ist. Das ist ein Laufweiter, wo ich von irgendwas drüber stolpern mache. Ach nee, das ist, äh, Pucker. Ich bin jetzt im Haus hier oben drin und Nana verfolgt mich im Laufweg. Ah, Navo steht schon bereit, aber da ist nicht mehr so viel. Ja, ich gehe mal raus. So. Riese, verfreundet. Lass mich doch durch. Hier, Navo, wo sind denn jetzt die Waffen? Ich schließe dich erst hier ein, am Ende. Ich führe dich zu einer Degel und einer Shotgun, okay, ne? Okay. Ich hab ne Degel und ne Sawdorf. Hier am Auto findest du Degel. Ah, danke. Oh, das war ja ne Degel nur. Ich dachte, da wäre ne Shotgun drin. Ja, und hier findest du Shotgun. Oh, das ist nice, danke Navo. Oder unter der Erde sind noch mehr Anfänger. Hallo Cyber. Die meisten Waffen liegen unter der Erde oder was? Gibt's keine festen Waffen, wo viele Sachen liegen. Äh, nö. Alles durcheinander. Das einzige hier, äh, Rifle in der Ecke. Aber das war ein fester Degel-Spawn, oder was? Der Degel-Spawn, ja. Okay, gut zu wissen. So, was darfst du ihn doch nicht sagen. HARTY! Der schreit doch gleich dann wieder rum. Oh nein, meine Degel ist weg! Wir haben meine Degel geklaut! Bing, 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 bing! Ich höre die ganze Zeit Explosion. Hallo Panda. Nein, aber warum guckst du nicht so an? Ping! Ich hab geschworen. We are gonna entertain you! Ich hab ein Lappenschirm! Piu, piu, piu! Ey, warte, warte. Dann haben wir eigentlich einen neuen Fernsehsender. Warte, wo ist es? Oh Gott. Oh mein Gott, nein! Und gleich kommt der Typ, der bei der Kette. Die Kette einstürft. Du bist ein ganz großer Penner. Nein, weil das nur mit einer Shotgun rumläuft. Das ist aber ein Wunder. Hey, das ist der Sword, in der Sword, auf kann der umgehen. Sword, auf ist der Shotgun und du hast ja mit der Shotgun ganz gut umgehen. Guck mal, guck mal, ich kann nicht so gut schießen. Getroffen. Ja, der muss wahrscheinlich auch nur eine der 20 Kugeln treffen. Huch! Was ist los, Florian? Perfekt, weg geht der, perfekt. Navoka eskaliert hier schon ein bisschen mit dem... ...Kobi Reifen. Der Reifen hat mich angegriffen. Ja, aber natürlich. Navoka, ich bring dich mal in die Klinik. Da kümmern sich Leute um keine Sorge. Hast du jetzt echt jemanden angeschossen rüber? Komme mit. Den du angeschossen. Der Vater von mir aber auch einen gedrückt gekriegt. Der ist immer gestorben. Ich hab glaube ich auch... Wart mal, geh vor, geh vor. Der ist immer gestorben hinten. Wo waren die Leiche? Die Dürren hat sich so angehört. Das war da hinten. Warte, ich kann es jetzt nicht sehen. War jetzt nur der Traitor, okay. Traitor. Ey Leute, hier ist Blut. Ja, weil gerade eben schnell das Spiel gestartet hat und ich konnte gerade oben rechts nicht sehen. Das ist dein Blut. Ich hab gefragt nicht warum das dein Blut ist. Der hat mich angegriffen. Also hier hab ich irgendwie kein... Böse Eifen! Ja. Was mich hier ein bisschen gestört ist, ich hab aus irgendeinem Grund schwankt es zwischen 60 FPS und dann geht es wieder auf 30 und dann wieder auf 60. So was wollen wir jetzt nicht hören. Wir wollen spielinterne Sachen hören. Wir wollen den Zuschauern unterhalten und uns nicht aufbringen, dass irgendwas FPS mäßiges ist. Äh, ich hab mich noch gar nicht aufgeregt. Ich hab den Bach gefunden, den wir meinten. Äh, Moment mal. Du hast doch nie den Bach gesehen? Ich hab den anderen Bach gesehen. Welchen anderen? Äh, Leute, wenn hier irgendwo noch eine Nana rumrennt, ne, dann war es Echse und dann knallt der Kerl ab. Äh, Nana ist doch noch tot. Ich bin grad an dir vorbeigelaufen. Ja, ja, und ich hab nicht Echse gelesen, sondern Nanas Name. Ich kann gern noch mal zurückkommen. Und ich hab Nanas Namen. Ja, ja, du hast es grade ausgemacht. Ich hab's da gesehen. Och, komm. Hat du Nanas gesehen? Ich hab ihn aber auch gesehen. Wer Nana tötet. Bei mir drüben war schon Echse, also. Ja, ja. Deswegen sage ich ja. Also, ich hab... Diese soll dich von jemandem, der tot ist, eine Identität klauen. Weil es dein Ding ist. Genau. Weil es dein Ding ist. Weil es dein Ding ist. Genau. Wenn dann, oder von welchen die tot sind und nicht confirmed sind. Denn dann werden sie erst confirmed, nachdem ich schon die Identität habe. Also, da ich confirmed Eno bin, ist er restiger. Dann bist du halt confirmed Eno. Aber ich bin nicht als Nana an dir vorbeigelaufen. Da hast du dich einfach nur verlesen. Hey, Nanas läuft auf den Zaun. Wo bleibt denn hier unser Deete? Ich hab extra Call Deete gemacht. Der Deete kennt mich. Ja, ist doch nicht irgendjemand ganz am Anfang gestorben? Ja, der Trader. Ist der Deete-Torbe? Da ist, glaub ich, noch jemand gestorben. Das hast du... Ja, ich hab das war danach. Also, das war danach noch. Aber du hast mich da in dem Moment gesehen. Also, das war keiner von uns zwei noch. Naja, das war ja... Das war irgendwo hier bei diesem Reifen halt. Naja, das war irgendwo hier bei diesem Reifen halt. Hanna, bist du tot? Okay, gut. Hanna... Oh. Wer war jetzt T? Wer war der Zweite? Ja, ich war T. Ich hatte jetzt nicht so gute Chancen. Haben wir nur zwei? Ja, Nada stirbt plötzlich. Ray ist rausgegangen. Ah, ich fahr noch T. Ich hab noch die Punkte, Nada. Die Leute befanden sich auf jeweils der anderen Hälfte. Ah, Rafa, ich bin sogar nicht, weil es Nada nicht vorbeigelaufen ist. Ich hätt schwören können, dass du's gewesen bist, deswegen. Ja, gut. Narf. Narf. Das... Weeper. Es wär witzig gewesen, wenn du mich umgewagt hättest und dann im Endeffekt falsch gelegen hättest. Das ist die veränderte Wahrnehmung. Mhm. Dieses Symptom hat jeder manchmal. Ich bin einfach aus der Map gelaufen. Hebe mir nicht die Waffe auf, so. Schwer Detectors. Ich bin heute irgendwie aggressiv. Ich bin heute irgendwie aggressiv. Ich bin heute irgendwie aggressiv. Snell weiß warum, wahrscheinlich. Wenn du Rocket League vorher gespielt habt. Ah, hallo, Lala. Ich hab, ich hab wirklich tausendmal aufs Tor geschossen. Hi. Mehr als die Hälfte davon der Schüsse wurden abgeblockt. Äh, du. Wann war? Ich hab heute so einen Scheißtag, sorry. Ich hab hier so Drenge gefunden. Du bist doch Panda. Das ist aber was anderes, du spielst es ja kaum. Ja, aber trotzdem. Wer zählt hier wieder über das Spiel? Ja, aber drei Ecken. Das muss was zu bedeuten haben. Ja, aber dann. Hallo, Flori. Ah, so. Illuminati. Illuminati, ey. Mann, Mann, du hast den Sound. Na hoch. Du bleibst jetzt auf deinem Zimmer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist Musik dazu. Rätsel. Warte mal. What the fuck? Waschen? 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 Ich wusste nicht, dass hier noch eine Tür ist. Und dachte so, hä, wer ist das jetzt? Was? Das war ich. Was? Ein Wadden, Wadden, Wadden. Hallöchen der Cyber. Oh, hallo. Ich möchte ja am liebsten gleich eine Disco werfen. Zu dir hoch. No. Ach, Snay ist noch ein Spectator drin, okay? Panda ist noch leicht paranoid, glaub ich. Was? Hallo, Nana. Was? Man merkt, der läuft vor allem weg und nicht da. Ja, genau. Er ist Detective, weißt du? Innos würden bei ihm abdrehen und er geht zurück. Komm mit an. Will ein Auto reifen? Er hat sich gar nicht erschreckt, als ich Fu gemacht habe. Danke. Guck mal. Ich würde den Herzinfarkt simulieren, aber ich habe keinen Deathfake. Warte mal. Hey, rechte Maustaste, nicht linke. Reifen. Reifen? Reifen. 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 Eimer. Oh, hallo. Exit! 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 Wer hat das mit den Blümchen gemacht? Ich bin Blümchen. Na wo? Banan. 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 Watt? Ich habe gar nichts gemacht. Nein, nicht runterschieben! Nein! Das tat weh. Ne, das nicht. Das tat weh. Ne, das nicht. Oh, der Eimer ist weg. Und? Meiner. Gib mir meinen Eimer. Einen Eimer. Hi, Flori. Hi, Salva. Nur zum Reifen, Flori. Nur zum Reifen. Wollen wir ein bisschen Reifen spielen? Wann mal. Wann mal, das musst du so machen. Muss ich hinstellen und dann... Ne, muss ich hinstellen. Nein, das mache ich lieber nicht. Und dann muss ich mal drauf schießen. Dann geht's ja nicht richtig ab. So, wann mal. Oh, nee, nee, nicht. Oh, nicht der Glitch. Wo die einfach alles umbringen. Als ob, als ob wenn du drauf schießt, nicht besser wirst. Und, puh. Hey! Was? Was? Hey! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist Echse gewesen. Ja, ich hab's hier gekillt. Deteskin hilft dir nicht, Echse. Ohne Deteskin rumläuft. Ach! Ich hab keine Ahnung, was grad los war. Ich hab's selber angeschossen. Auf einmal hatte ich keine Waffe mehr in der Hand. Da kam ein Molly. Kann das sein, dass man... einfach mal auf die Zahltasten drückt, dass man dann den Waffensort wechselt. Äh, also du... Zumindest wenn du dann die linke Maustaste drückst, danach. Ich hab nicht die linke Maustaste gedrückt, aber es kann sein, dass ich auf dem Holstanzort gewechselt habe, auszusehen. Na wo, warum? Ich wollte einen Eimer haben. Hast du Nana gekillt, weil sie dir den Eimer weggenommen hat? Eventuell. Ja, mit dem Messer in den Rücken. Kannst du mal... Dazu merkst du Nana, nimm Nana niemals den Eimer weg, sonst hast du den Messer. Ist nicht gesund. Wurde ich einfach mal gebacksteppt, ey. Aber wisst ihr, was gesund ist? Dieser Granny Smith Apfel hier. Ach, Wann war du schon wieder mit M-Granny Smith Apfel? Wie kannst du immer... Oh, den Hunger! Ach, der Erste und Schocken gleichzeitig. Wann da? Nana schießt auf mich. Ich hab mir die Apfelwaffe geholt. Du hast Scherz auf mich geschossen. Ich hab nicht auf dich geschossen, ich hab in die Luft geschossen. Du schießt, Wann. Was hat geschossen? Na gut, na. Du, ey. Zeit für einen. Du, 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 du. Ne, mit dir spiel ich nicht. Du, 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 du. Du, 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 du. Die Unnültig. Hab ich den Button? Irgendwo ja, aber müsste ich suchen. Das suche jetzt nicht. Dauert zu lang. Ich bin mit dem Apfel. Siehst du? Doch, ich bin mit dem Gesender. Äh... Ja. Ja, Repo hat gerade jemand gemessert. Ja, was hat er rüber getan? Ja, die man gemessert, jetzt schießt er mich mit der Degel ab. Ne, das ist Panda. Mach ihn färber. Weaver, willst du dich erklären? Ich mich zieht, dass keiner mehr. Das ist... Wannwaffe! Hm? Okay, jetzt machen wir voll D-Tip. So. Du bist unsere Geheimwaffe. Genau. Geheim mit Unnutzent. Treter. Alles. Also Wannwaffe ist auch nochmal. Wer den Wannwaffe hat, dann kann ich wieder mal umknicken. Was, was, was ist mit mir? Umes Tee. Nachts. Hast du irgendeinen Beweis dafür? Bring es unter dem Chatstand davor. Ach, und da steht auch nochmal der Grund. Auf! Nee, Alter, der hilft mir, Alter. Ich habe einen Tee, der nervt. Eiii! Du hilfst dir selbst. Was ist denn jetzt passiert? Ja, er hat sich ein bisschen den Berg runter geworfen. Ja, er lebt noch. Der Snail, der lebt noch. Warte, mach mal in Markierung. Ja, da hab ich dich mal in Kreis. Ich bin ganz einsam. Hier bin ich schon mal lang. Nimm ich hier das. So. Okay, okay. Da bin ich mal lang gelaufen. Ich geh mal nach dem B. Hast du Kreise mitgenommen? Ach nee, ich laufe doch schon wieder Kreis. Ach komm mal nur, oder? Ach. 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 Ach, komm mal. Ja, ich habe ich auch gesehen. Ja, war mal knapp. Oh Mann. Ohne Witz, ey. So geil. Ich will messer einfach, Echse weg, und kann aber N酱. Sehen's. Komm, angelaufen. Was hast du da gemacht? Nüchs. Da ist du, da bist du, als ich gekommen bin. Ich hör da von hinten, wie jemand gemessert wird. Dreh mich um. Ach komm, N酱. Oh Mann. Und dann kam- Du darfst zu haben. an ich war ja noch ziemlich nah fast naja wie war das halte deine freundinnen näher deine feinde noch näher ja da was tut du so ich guck da ist das hier ich war das ist ja Nein, nur Trader, hast du in der Hand, hast du in der Hand, hast du in der Erroar. Wie kann du es vom Zweien? Äh, Snake, was hast du in der Hand? Oh, oh. Hast du die Tür gepult gemacht, Nana? Ich hab gar nichts gemacht. Snake, kannst du sagen, was du in der Hand hast, weil du hast in der Erroar bei mir. Ah, Handschelle. Mich. Handschelle, okay. Snake hat mir Handschellen angelegt und damit ist meine Schurze weg. Wieso, hier unten liegen noch mehr? Seit wann gibt es da wieder Handschellen, hätte mir das ja jemals sagen können. Doch hier unten liegt noch eine. Äh, das stand in der Diskussion. Ich bin grad an einer vorbeigelaufen. Okay, ich hab jetzt in letzter Zeit nicht in die Steam-Gro gehockt, aber ich dachte, Whatsapp was auch geschrieben. Ja, ich hab's aber schon ein paar Mal gesagt, du solltest das bitte mindestens einmal die Woche tun. Und damit hat sich das jetzt auch erledigt und wir möchten bitte über das Spiel weitergehen. Ja. Ich bin der Sheriff. Und der weiter zuholt, das kann ich sagen. Wer hat dir denn Flypass ausgekotzt? Weil er mein Pudding gegessen hat. Ich hab die ausgekotzt. Das ist ja... Wo? Da ist einfach bei so einem Auto, da stehen da so 15 Snipers oder so. Läuft. Die Panzer haben Snipers. Greifen sie noch einmal an. Nehme ich das jetzt. Panzers. Panzers. Läuft bei dir. Ein Panzer, viele Panzers. Wer hat hier geschossen? Ich war das. Auf dem Auto. Warum haben die das auf dem Auto geschossen? Weil es hässlich ist. Ich stehe jetzt gerade neben Shotgun mit dreimal Munition. Irgendwie will Nana mich halt schon töten. Irgendwie reagiert hier keiner. Sind doch irgendwie alle tot? Warum... Wer sagt, dass ich euch töten will? Ich? Hallo Reaper. Hi. Piu Piu. Das ist Navo. Ja, das ist Navo. Ja, das ist Navo. Ja, das ist Navo. Hallo Snail. Nana. Was sagen sie dazu, dass es eine Anzeige gab wegen Belästigung hier? Wir hätten zwei Leute hier belästigt, den Cybert und den anderen. Ja. Wir hätten sexuelle Belästigung gemacht? Ja, also ich möchte gerne die beiden wegen sexueller Belästigung anzeigen. Ach ja, die ist klar. Aha. Haben sie dir einen Schritt gegriffen? Ja, aber vom Feinsten? Das ist eine Lüge. Aber... Warten Sie. Kommt mit. Wo sind die? Ich nehm die fest. Wo ist Herr Cybert? Wo haben Sie jetzt Cybert? Warten Sie. Warten Sie. Warten Sie. Ich... Folgen Sie mir einfach. Okay. Ja, das bin ich. Das war unter anderem der Herr Cyberbot. Auf in die Pfadfinderhütte. Und der Herr Wanwar. Und der Herr Wanwar. Okay, wenn wir die beiden sehen, wir nicht zu fest. Da vorne ist der Herr Cyberbot. Der... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Gleich mit der Schupe. Ja, ich bin oben. Du bist überführt. Du bist überführt. Du kannst mich verweilen, nein. Ich will nicht. Ich will nicht meine Sniper wegnehmen. Ich will nicht meine Sniper wegnehmen. Aber hier kommt man nicht hoch. Es wird sich bei der Wand. Okay. Ich will nicht meine Sniper wegnehmen. Ich habe sie gerade verloren. Wo sind die? Wo sind denn hier alle irgendwie? Ich will nicht meine Sniper wegnehmen. Ich sehe nur ein, zwei Leute. Ich glaube, das ist Klatschmoon. Nana. Nana, du schießt gerade auf jemanden. Ja, der schießt auf mich. Ja, der schießt auf mich. Ja, sie verweigern sie auch die Festnahme. Äh. Er darf auf sie schießen, weil sie die Festnahme verweigern. Ahahaha. Aha. Hi. Alter, warum nimmt ihr mal nämlich fest? Na wo? Bist du auch der Meinung, dass diese roten Pflanzen hier Klatschmoon sind? Was für eine? Was? Klatschmoon? Was ist denn bitte Klatschmoon? Hier, die Dinger. Nee, ich glaube nicht. Die hier haben zu viele Blütenbretter. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der ist hier runter gegangen. Klatschmoons sind auch die roten. Ja, ja, genau. Das sind ja auch roter. Aber ich glaube, die haben nur vier Blütenbretter. Ihr wisst es. Beziehungs, weil ich glaube nicht, ich weiß, weil ich gestern erst Pflanzensystematik hatte. Wo ist Nana hin? Leider. Ja, ich hatte noch keine Botanik. Ich bin so verrückt, weil wir gesagt haben, der Dieter ist verrückt. Falls ich sterbe, ist es extra. Weil er mich umbrechen will. Äh, ich hab nix gemacht gerade. Also ich bin nur hier lang gefahren. Ich bin nur hier lang gefahren. Ist ja eine Anzeige, ne? Ich bin so. Kann das sein, dass noch alle leben? Ja, ich glaube auch, ne? Ich glaube auch. 18 Sekunden vor dem Win. Boah, Alter, Nana. Huch. Alter, der ist kein Thema, ne? Ich glaube, jetzt ist mindestens einer tot. Alter! Ne, du kannst mich hier nicht mehr festnehmen. Ich hab grad EC gekillt. Warte, warte, bleiben Sie hier stehen. Bleiben Sie hier stehen. Ich hab den Punkt gekriegt. Können und wollen ist ein Unterschied, glaub ich. Panda, ist die bei mir? Warte, äh, was Highlight? Wenn ich tun, dann war es Panda. Wenn ich tun, dann war es Panda. Medikit, Medikit, Medikit. Was hat das? Artschessig. Ich glaube, Rukas irgendwie auch tut. Der läuft jetzt zwar rum, aber das ist Echse bestimmt. Hä? Ne, Echse ist bei mir. Der ist für eine Health Stage. Ah. Wieso treib ich hier so nicht trocken? Was hast du genommen? Health Stage. Health Stage, den musst du hinsetzen. Ah, da, jetzt. Das passt. Dann ist das ein redeschweigsamer... Flori! Ah! Ein redeschweigsamer Flori! Oh, das war aber nötig die Zeit! Seid ihr irgendwie alle unten gefehlt? Boah, seiwe, ey! Boah, seiwe, ey! Alter! Snay! Snay hat mir alles weg geändert und der hat mich an Handschellen gelegt! Ja, genau deswegen bitte bei den Handschellen. Sagt das an, als Detective. Doch, du sagst grad, kommen Sie mal her. Ja, ja! Du hast einfach die Handschellen angelegt, ohne mir die Möglichkeit zu geben, die Waffen abzulegen. Und nicht auf die Sexuellen Verlässigung als Grundsinn, ey! Aber... Es gab ne Anzeige. Sind die Handschellen nicht dafür da, dass man die Waffen verliert? Das zählt doch nicht! Mann, es sind alle Waffen danach weg, wenn man Handschellen anhat. Naja, das ist doch das zählt doch nicht. Wenn du die Waffe aufsammst, sind die auch noch weg. Ja. Ich bin die Fette! Toll, ich hab grad jedes Leibwer vernichtet, die bei den Panzern war. Wie so ein Staubsauger, einer meiner dreien. Ja, was gibt's denn? Herr Panda, wo sind Sie? Äh, im Fluss. Da war doch Kraftdruck, oder? Im Fluss? Im Fluss der Zeit? Was waren Sie denn im Fluss? Fischen. Im Flisch ewigen Juni. Ich hab jemanden vorgebracht. Ja, was gibt's? Ey, na wo? Die Entfernung wird noch jemanden kriegen, glaub ich, hier. Er hat mich, äh... 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 Er hat mich uns tief berührt. Wo? Wo bist du? Na wo? Äh... Ich hab' nicht Exe, sehe ich wie ein Headshot. Gerade fest, dass hier passiert ist hier nicht. Das fragen wir uns alle. Hier ist Blut. Hier ist Blut. Hm, hm. Wie schmeckt das? Das Flory. Das Flory. Ja, da ist ein Incy hochgegangen. Hier schmeckt wie Flory. Das heißt, fettigsticke. Wer weiß, die neuesten forensischen Methoden, äh... bestimmen das bestimmt. Das ist ein Incy. Oh, da schießt jemand. Dete? Nehmen Sie mal hier den. Nein, na gut, alles doch! Exe! Exe! Exe hier den annehmen. Exe ist da. Ja, Exe soll tot sein eigentlich, weil der Exe hat Nahwogen genietet. Ja, okay, wer war das? Das war Flory. Flory ist Inno. Dete, gucken wir mal bei der anderen. Kann krieg ich was zum Heilen? Falls Sie noch Punkte haben, Herr Dete? Weiß du vielleicht, dass ich den noch Punkte? Hm. So, die Healbox reicht. Ich habe nichts mehr. Die Station. Okay. Tut mir leid. Healbox, Healstation, kommt das gleiche raus. Möge die Macht mit uns sein. Ja, Leute. Hängen wir auch gerade. Hä, was? Star Wars? Ja, auf einmal. Neues Thema. Jetzt sind wir doch auf der falschen Karte. Oh, ist das ein schöner Ausblick. Ihr wurde geschossen, Flory. Lala, Lala. Ich weiß nicht, was sind die alten, darum es so schön aufgeht. Herr Dete, dem Sie? Herr Dete, haben Sie Probleme? Dete, brauchen Sie Hilfe? Jo, Nana, hallo. Hi. Nana, wir sind Sie ruhig geschossen worden. Ach, ich habe Echse gefunden. Alter, das ist ein Echse. Leider nein, aber... Sie gucken nicht so mysteriös an. Ich habe jetzt Angst, dass sie mir in den Hinterkopf schießen. Ich bin zur Hölle. Aber jetzt ist Kose ist cool. Ich will beim Dete sein, ich habe nur noch 4, äh 52 leider. Der Dete. Und raus. Aha. Auch nah, wo die drüben Decke. Ach so, das war der Dete. Alter, überall ist Blut hier halt. Das ist richtig unnütz. Aber warte, warum wir uns den Dete rufen? Äh, klar. Das ist grad sehr verdächtig, wenn der Dete tot ist, ne? Wenn der Dete tot ist. In Sie, in der Höhle. Okay. Ja, sperrt mich ein. Huch! Was? Salva! Hi, Wansen, Wansen, Wansen. Wansen, Wansen. Wansen, Wansen. Ja, auf jeden Fall, ne? Was ist hier los? Wollen wir Nana suchen gehen? Oh, Nana. Äh, ja, wenn du so fragst. Machen wir mal. Ja, wenn du mir also, dass du auch Tee bist. Ich weiß ja nicht, wie der Ausgang ist das das Problem. Äh, du musst da hochlaufen, wo das dann hochläuft, glaub ich. Wo ich gerade hochlaufe? Wo bist du, wo bist du hochgelaufen? Oh, äh, Frenchie Beam. Nana hat mich getroffen. Ich bin in der Höhle. Ja, wo bist du in der Höhle? Da, wo Wasser ist. Ja, dann hat den Frenchie Beam geschossen, der hat nicht getroffen. Sieh ich mich? Ach, ich seh dich. Ja, okay, stopp. Jetzt drück den Nebel. Wenn du mir jetzt abschießt, wann war ich? Ich werd, den liebe dich heraushelfen. Echt? Ja gut, dann machen wir das mal, na Oh, verdammt. Was war das? Was war das? Alter! Wieso in der Erde? Das ist wohl nicht mehr normal jetzt! Was war das? That's good! Ich lasse das einfach mal so liegen! Da geht das gekäult! Ich lasse das einfach mal so liegen! Wie, jetzt sind jetzt alle noch neben Traitor? Also, Nana ist Traitor? Mhm Äh... Nun ist der Dieter? Ist der Dieter tot? Nein, der Dieter nicht! Nee, ich bin noch hier! Ja, wo ist er denn, der Dieter? Warum willst du das wissen? Weil ich einen Welldown habe vom Tee und ich weiß nicht mal ob ich den erhalten soll oder nicht! Warum weiß ich, dass du kein Tee bist? Weil ich gerade Warnbar getötet habe! Der war Tee! Ist ja immer noch 15 Sekunden übrig! Ich hab 17 live! KRAA! Was? 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 Also, der Kill, ne? Kann schon mal in die Geschichte eingehen! 180 Grad Drehung! Boom! Headshirt! Warnbar! Ich kenn das Gefühl, so gekillt zu werden! Das ist nicht schön! Vor allem hier steht, dass du von hinten abgeschossen wurdest! Aaaaah! Also, ich fand das ist ne Ehre, so getötet zu werden! Danke, danke, danke! Warnbar! Warnbar! Headshirt! Aber ich fand's recht genial! Reaper konnte nicht mal was sagen, wer ihn getötet hat! Ja doch, im Chat hab ich's geschrieben! Aber ich dachte mir, Warnbar, irgendwie war's klar, dass du ein Tee bist! Wenn du mal vorhin bist! Immer bestimmt, wenn du Tee willst! Das ist vollkommen richtig! Vor allem auch von der Art her, wie Warnbar gesprochen hat! Das ist zu 100% korrekt! Dete! Äh! Ich kann nicht sprechen! Ich bin nie wieder aus dieser Höhle! Warnbar, du hast irgendwie immer meine Schöne, aber so bestimmte Abteilungen! Da kann man dir nicht trauen, wenn man dich so reden hört! Da erinnert dich an deine Stimmlage irgendwann! Ich bin's Diabolische! Oh, ne Waffe kann ich nicht! Ja, Dete, ich glaube, ich bin Indu! Ja, Dete, ich glaube, ich bin Indu! Ah, ja, ja, klar! Und Snail! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Dete, wer ist das? Was ist das? Was zur Hölle? Sie verletzen unseren Ehrenwerten Snail damit! Ja! Das Problem ist, er muss jetzt sterben, weil... Rotation Gun! Weil Rotation Gun?! Beste Begründung ever! Weil Rotation Gun muss er sterben! Äh, ich dreh mich im Kreis! Weil er sich auch dreht! Dann war das der hier! WTF? Wir drehen euch beide? Ja, wir drehen uns beide! Dann war das der hier! Party hot! Wer ist das hier? Unter der Erde! Wow, ich dreh mich auch! Unter der Erde, okay! Ah, Snail! Es dreht! Okay... Hier ist Feuer! Sehr verdächtig! Äh, Reaper würde ich mal! Ah, Mann! Wer macht denn die Türe zu? Ach so, und hier am Bach ist noch eine Shotgun! ... Alter! hat es auch auf jeden Fall gar nicht unten links im Trepp. Alter ich sage mal Herzattacke. Das könnte sogar sein nämlich. Alter! Warte auf die. Ich hab bei der Mille nochmal leichter gefunden. Alter! Alter hat ich Herzattacke. Alter ich hab bei mir leckt. Toll. Guck gemacht Flori. What? Flori wird angeschossen. Oh, ich fand noch jemanden gekillt. Äh, hier ist Vanva und... Äh, ja es lebt noch an. Ah, Rotation kommt! 3-4-9! Nein! Nein! Verdammt! Ja! Ach Creeper, du hast ganz so gute Vorarbeit geleistet. Ah, du bist auch Cyber. Okay. Nein, würde ich nicht. Bin Tete. Bin Tete. Du hast eine gute Vorarbeit geleistet. Bin Tete! Leute, ich bin Tete! Panda, nein! Hey, das war nicht ich. Okay, dann Cyber bot hinter mir. Entschuldigung. Panda ist es aber auch. Du hast ja Dings getötet. Ja. Und Cyber schießt mir die Cyber auf mich. Äh, bei dem Bergwerk. Äh, wen hab ich getötet? Im Bergwerk? Panda, du musst den auch nicht fallen. Beim Bergwerk. Oh, Mann! Kann ich zielen. Ja, danke! Aber, ne. Wen hab ich den... Wen hab ich getötet? Ich hab noch niemanden getötet. Das versteh ich jetzt nicht. Boah, Alter! Ab ihn! So, jetzt der Panda! Hexe! Oh, das ist gut, der Panda! Du schaffst das! Ruhe bei den Toten! Oh, hallo! Oh! Ah, fuck! Jawoll! Alles gleich! Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge morgen wieder! Schaut miteinander vorbei und tschüss! Bye, bye! Tschüss! Ciao! Ciao!